Eine Reise kann dein ganzes Leben auf den Kopf stellen. Sie kann von dem einen auf den anderen Moment alles verändern. Eine Reise durch die Welt ist eine Reise zu dir selbst. Grenzen verlieren an Bedeutung. Reisen bedeutet, loslassen in jedem Augenblick. Du bist mit deinem Leben unzufrieden? Du willst etwas in deinem Leben verändern? Dann bündel deine Kräfte und gehe deinen Weg. Gehe den Weg, der für dich bestimmt ist. Hey, ich heiße Matthias und ich bin ein Therapeut on Tour. Ich bin Heilpraktiker für Psychotherapie, Ergotherapeut und systemischer Berater. Im Moment bin ich mit meinem Fahrrad und meinem Fahrradwohnwagen in Europa unterwegs. Doch das reicht mir nicht. Lasst uns diese Reise gemeinsam machen. Lasst uns nach neuen Möglichkeiten Ausschau halten und lasst uns gemeinsam wieder ein bisschen näher zusammenrücken. Du möchtest auch eine Veränderung in deinem Leben, aber du weißt nicht, wie du es angehen sollst? Vielleicht findest du ja auf meinem Kanal Antworten auf deine Fragen. Wir sehen uns wieder und zwar in Südamerika. Meine neue Herausforderung. Eine Reise nach Südamerika. Ein neuer Kontinent, drei neue Länder, ein neuer Fahrradwohnwagen und ein neues Abenteuer. Uruguay, Argentinien, Paraguay. Verfolge auf diesem Kanal meine Reise durch traumhaft schöne Länder. Ein Therapeut on Tour. Auf der Suche nach Freiheit, Selbstbestimmung und neuen Möglichkeiten. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!